Genau, das habe ich mir gedacht, dass diese Frage kommt. Deswegen habe ich eigentlich die Frage gestellt, was beschäftigt euch momentan? Und der Bruder hier sagt, Salam Aleikum, Herr Vogel, was sagst du zu dem aktuellen Stand in Palästina? Was ich dazu sage? Ja, ich habe mich nicht allzu sehr damit beschäftigt. Ich habe nur einige Bilder zugeschickt bekommen und gesehen, dass da gerade wie alle zwei Jahre oder jedes Jahr wieder große Aufruhr ist. Einmal alle zwei Jahre, einmal alle drei Jahre. Ungefähr kann man die Urn danach stellen, dass in Palästina wieder die Post abgeht. Was ich dazu sage? Was sagt ihr dazu? Was ist die Lösung? Deswegen habe ich eigentlich gefragt. Der Bruder sagt auch Palästina, Al-Aqsa. Ich will sagen, ich lasse keinen in den Livestream rein. Über Dauer reden, wer immer. Lass uns jetzt mal über Palästina reden, weil es wird sehr viel rumgeschickt. Okay. Was sagt ihr dazu? Was ist die Lösung? Was kann man machen? Okay, Dua kann man machen. Ich hoffe, dass ihr auch Dua gemacht habt, diese Nacht, dass man das nicht vergessen hat. Möge er uns noch mehr Dua machen. Nee, wir reden jetzt darüber. Wir reden jetzt darüber. Ich stelle dem Sheikh Porsche Salam von mir, Inshallah. Und den Brüdern in Wien. Erzählt mal, was ist die Lösung? Wenn der Sonnenaufgang ohne Strahlen ist, das ist ein Zeichen von El-Kadr. Bruder, über die Gebetszeiten habe ich einen Artikel Anfang Ramadan geschrieben. Kannst du dir angucken. Einfach runterscrollen. Wir reden über Palästina. Was ist die Lösung für Palästina? Guckt mal. Seht ihr das? Ich habe eben gefragt, was beschäftigt euch? Da haben alle geschrieben. Da haben alle geschrieben, Palästina. Wenn ich aber frage, was ist die Lösung für Palästina, kommt nichts. Ich möchte euch nicht kritisieren, sondern ich möchte auf ein Problem aufmerksam machen. Genau. Dua ist natürlich auf jeden Fall immer gut und immer wichtig. Ganz klar. Also du sagst, die muslimischen Länder schlafen alle. Das ist das Problem. Also die muslimischen Länder sind schuld. Okay. Warum ist hier Jerusalem für uns Muslime so wichtig? Weil da die dritteiligste Moschee ist. Meschid al-Aqsa. Sogar im Koran erwähnt. Die Lösung wäre, wenn sich die Oma vereinen würde. Okay. Ja. Okay. Warum vereinen wir uns nicht? Oh, Mashallah. Der Bruder Ashab sagt was Schönes. Allah wird unseren Zustand so lange nicht ändern, bis wir uns selber ändern. Allah wird die Lage eines Volkes nicht ändern, bis es sich selber ändert. Er sagt, ich muss gerade lachen, weil er sagt, achi, dein Internet ist katastrophal, ja. Pech gehabt. Natürlich, Dua machen. Aber ich habe gefragt, einen Bruder meinte, die islamischen Länder sind schuld. Dann meinte einer, wir müssen uns vereinen. Dann habe ich gefragt, warum vereinen wir uns nicht? Ist es normal, wenn ich Hass gegen Juden habe oder ist es Haram? Ich kriege so einen Hass. Die Dauer nach vorne bringt unser Inneres, das Innere der anderen verändern. Wir müssen uns in erster Linie selber ändern. Jeder kann nur so viel machen, wie in seiner Macht steckt. Allah ändert erst die Lage, wenn wir uns verändern. Sehr gut. Imam Mehdi ist die Lösung. Denkst du, er erscheint bald? Allahu ala. Bricht Wein Gebetswaschung? Nein. Schau dir einfach mal meinen Vortrag an. Was bricht die Gebetswaschung? Boykott könnte man machen. Ja. Ist eine gute Idee. Wir müssen durch die Religion wieder eine starke Gemeinschaft bilden. Okay. Wie machen wir das? Step by Step. Zusammenhalt als Oma nicht vergessen. Okay. Zusammenhalt als Oma nicht vergessen. Guck mal, Leute. Ich garantiere euch eins. Wenn wir für unsere Probleme, die wir vor unserer Haustüre haben, Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Erstmal, man merkt, viele, die hier antworten, sind Leute, die mir lange folgen. Weil sie damit anfangen, um zu sagen, wir müssen bei uns anfangen. Ein Bruder eben. Und ich möchte ihn jetzt nicht angreifen oder so, weil das, was er sagt, das denken bestimmt viele. Die islamischen Länder sind schuld und so weiter. Wir müssen uns vereinen, etc., etc. Aber es ist immer falsch, die Lösung bei anderen zu suchen. Weil das ist erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, ich muss warten, bis ein anderer was kommt. Und das ist eine Mentalität, die bei uns in der Oma sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich habe einen Vortrag gemacht, den könnt ihr euch anschauen. Wartet nicht auf Superman, heißt der. Wartet nicht auf Superman. Oder Supermuslim. Aber das ist das Problem. Viele warten darauf, dass der Mehdi kommt. Irgendwann. Du musst versuchen, die Veränderung zu sein, die du dir für die Welt wünschst. Und wir dürfen nichts gering schätzen. Die Veränderung bei dir im Wohnzimmer ist eine Veränderung für die Oma. Denn der Prophet, a.s.w. sagte sinngemäß, dass diese Oma ein Körper ist. Wenn ein Teil davon schmerzt, schmerzt der ganze Körper. Das heißt, wir müssen das tun, was wir können. Es ist jedes Jahr, alle zwei Jahre, wie ich gesagt habe, dasselbe. Ich kann mich gut erinnern, ich bin 2001 Muslim geworden. Die erste Aktion, die ich gemacht habe, war 2002 oder 2003. Ich weiß es nicht mehr genau. Müsste 2002 gewesen sein. Gab es eine Intifada in Jenin. In Palästina. Und ich war sowas von begeistert und enthusiastisch. Und da gab es Demonstrationen, da bin ich hingefahren. Und dann habe ich sogar Flugblätter gemacht für den israelischen Boykott von israelischen Produkten. Ich war ja damals relativ, ich müsste 23, 24 Jahre alt gewesen sein. Seit dem Zeitpunkt. Und relativ jung. Und ich habe mir gedacht, boah, so eine große Oma, wir können einiges bewegen und hin und her. Und dann habe ich überall rumgefragt, wer kennt israelische Produkte. Und da fing es schon an. Alles war auf einmal ein israelisches Produkt. Alles war israelisch. Aldi, Lidl, alles. Obwohl die nix mit Israel zu tun haben. Doch, doch. Da fängt schon das erste Problem an. Man macht einen großen Feind. Boah, der ist so stark und übermächtig. Und der alle Firmen die ganze Welt gibt. Wir können nix machen. Und dann habe ich gedacht, jeder gibt mir nur Namen von irgendwelchen Firmen, wo er wirklich sicher ist, dass die wirklich israelisch was mit Israel zu tun haben. Ein Boykott von Produkten, sowas hat schon oft funktioniert. Und ich habe mich leichtsinnig mit meiner damaligen Unerfahrenheit darauf verlassen. Jeder gibt bestimmt nur das an, wovon er wirklich Ahnung hat. Da war auf einmal alles israelisch gewesen. Mit anderen Worten, das war schon mal ein totaler Fail. Aber Alhamdulillah, brauchbare Erfahrung von mir. Da war ich, wie gesagt, 23 oder 24 Jahre alt. Ungefähr. Dann Demonstrationen. Alle laufen rum mit Schal und Fahne von Palästina und so weiter und so fort. Biruh, Bedam, FDK, Philastin und so weiter. Wurde durch die Straßen gegangen. Ja, ich denke mal, das hatte auch einen Effekt. Es hat zumindest auch bei vielen Deutschen eine Sensibilisierung stattgefunden, dass dort Ungerechtigkeit stattfindet. Aber wir sehen all diese Demonstrationen alle zwei Jahre wieder. Alle zwei Jahre wieder. Es ist so ein bisschen wie so eine Ja, ich will die Leute nicht kritisieren. Ich habe selber so etwas organisiert. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. 2014 habe ich eine Kundgebung, weil 2014 war wieder dasselbe Problem. Haben wir eine Kundgebung in Hamburg organisiert deswegen. Und es ist alle paar Jahre, es erinnert mich so ein bisschen an Karneval, muss ich sagen. Mittlerweile. Es erinnert mich etwas an Karneval. Ich sage euch warum. Bei Karneval ist es so, jedes Jahr zur selben Zeit, zu einer bestimmten Zeit, holen die Leute ihren Karnevalsschal raus und ihre Fahnen und so weiter und dann gehen sie auf die Straße. Und hier ist es auch. Und dann schreien sie irgendwelche oder singen irgendwelche Slogans. Und hier ist es genau dasselbe, nur dass es halt eben um eine Ungerechtigkeit geht. Aber wir sind keinen Millimeter weitergekommen. Keinen Millimeter weitergekommen, ehrlich gesagt. Warum? Vielleicht weil so wenige mitmachen. Vielleicht wenn mehr Leute mitmachen würden, könnte man mehr erreichen. Allahu Alam. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es dort schon viele Leute mitgemacht haben. Aber ich glaube, dass bei vielen es einfach nur so ein Aufschrei ist. Aua, Aua, die haben mir wehgetan. Schau mal, wie böse die sind. Schau mal, wie böse die sind. Schau mal, Aua, 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 Aua. Die haben uns wehgetan. Aua, Aua. Schau mal, die sind ganz böse. So ein Aufschrei, so ein Hilfeschrei, der aber ins Leere geht. Und das Problem ist, hier werden die Ursachen nicht bekämpft. Ja, wenn, guck mal, wenn jemand Schmerzen hat, der schreit. Der schreit. Das ist seine Reaktion, dass er schreit, wenn er Schmerzen hat. Dadurch wird er aber nicht gesund. Durch die Schreie wird er nicht gesund. Durch die Schreie kommt vielleicht jemand ihm zur Hilfe. Aber wir schreien die ganze Zeit und schreien und schreien und schreien. Und hoffen, dass irgendjemand uns zur Hilfe kommt. Aber es kommt sowieso keiner zur Hilfe. Warum? Weil wir die Ursache der Krankheit nicht bekämpfen. Ja, diese ganzen Demonstrationen und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, dass die schon einen gewissen Effekt gehabt haben. Aber es ist immer nur ein Hilfeschrei. Aua, Aua, die haben uns wehgetan. So kommt es mir vor. Aua, Aua, die tun uns weh. Aua. So. Und man schreit um Hilfe, dass irgendjemand kommt und uns hilft. Aber wer? Wer soll kommen? Merkel? Obama? Biden?